Jede Minute konntet ihr entscheiden, welchen Effekt ich bekomme. Das Ganze lief über eine Abstimmung auf Twitch im Stream und ihr konntet zwischen drei Dingen auswählen, was ich bekomme. Von überwiegend negativen bis auch positiven Dingen war alles dabei. Und ein paar davon waren wirklich fies. Ziel war es, den Enderdrink zu besiegen. Und glaubt mir, es wurde wirklich schwierig. Wenn ich es noch nicht getan habe, lasst gerne ein Abo da, um mich zu supporten. Das nächste Ziel sind die 20.000 Abonnenten. Ansonsten sehen wir uns täglich auf Twitch. Erster Link in der Beschreibung. Jetzt viel Spaß mit diesem geilen Video. Ich würde sagen, wir holen erstmal ein bisschen Holz. Mining Fatigue. Ey, danke Leute. Korrekt. Wither 1. Okay, also Wither 1 ist wirklich das leichteste, was es jemals gibt. Easy. Überleben wir easy. Wir brauchen jetzt so schnell, es geht ein Dorf. Jede Minute, die wir verschwenden, ist eine potenzielle Todesursache. Slow Falling. Warum gebt ihr mir Slow Falling, wenn ich in einem Boot bin? Poison 5 für 10 Sekunden. Ah, bleibt es. Haha, das Anti-Cheat. Ja, sehr gut. Wir sind gespannt, was da jetzt beim Schatz drin ist. Aha. Oh, sehr strong. Essensmäßig auch gut. Freu mich. Machen wir jetzt erstmal ein Schild. Eimer. Eisenspitzhacke. Gap. 10 T. Ja, können wir einfach mal behalten. Wir gehen jetzt weiter und suchen jetzt endlich mal ein Dorf. Oh, Speed 4. Warte mal. Wenn wir Speed 4 haben, können wir nicht übel schnell treiben jetzt? Ja, tatsächlich. Toll. Ja, mein Dorf. Jawohl. Wir haben sogar ein Planes Biom Dorf. Es scheint sogar groß zu sein. Und wir haben Ruined Portal. Bitte OP Gap. Schade. Okay, eine Goldachse war gut. Flintstil. Auch sehr, sehr gut. Curse of Binding. Nein, wir haben Curse of Binding auf unserer Hose. Nein. Ich hasse Curse of Binding. Och, jetzt haben wir noch Mining Fatigue. Ihr seid echt gerade böse. Wir haben vier Farmer hier drin. Farmer, Farmer. Farmer, Farmer. Hero of the Village. Wie lange? Zwei Sekunden. Wow. Ich überlege gerade, ob wir noch einen Apfel traden. Jetzt haben wir sechs Äpfel. Weird. Da ist ein Creeper. Oh mein Gott, nein. Komm bitte hoch. Bro. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Creeper. Komm her. Hallo. Nein, nicht du. Hör doch auf, mir zu folgen. Bitte. All good. Geht mal raus hier aus der Ecke, bitte. Raus aus der Ecke. Dankeschön. Wir werden jetzt schon mal ihn, äh, den Kollegen hier hochtraden. Können wir das schon mal machen? Einer kriegt ja Zapf von euch. Raid! Ihr kriegt keinen Zapf. Ihr habt, ihr habt, ihr habt, Digga, ihr macht Raid. Was mit euch? Die Villager sind ja alle protected. Hallo. Ich werde erstmal die Nacht skippen. Ich will nicht in der Nacht... Jetzt habe ich Levitation während ich schlafe, oder was? Treading, trading, trading, trading. Wir haben schon mal Pearls. Und zwar sechs Pearls. Ich möchte nicht... Oh nein. Nein, 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 nein. Ganz schlecht. Weg hier. Weg! Danke. Das war close. Okay. Alles gut. Alles gut, Freunde. Ich habe keinen Aim. Ich finde es lustig, wie einfach der Fall gerade durch und durch ging. Ey, ich finde es so cool, wie meine zwei Golems da arbeiten. Ich meine, Stufe 1 Raid ist halt nichts Schlimmes. Oh, jetzt habe ich meinen Golem gekillt. GG. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Oh Gott. Ich muss zu machen. Rennen! So, jetzt können wir dich aber anders planen. Ich habe wieder fast gestorben, weil ich das falsche Tool benutzt habe. Man muss da echt aufpassen, ne? Der wird jetzt sterben. Das war's. GG. Totem. Let's go. Also Hero of the Village ist halt sehr, sehr angenehm. Wir haben auf jeden Fall genügend Perls. Jungs, ihr müsst mir nicht so viel schenken. Digga, ich hasse es, wenn Villager mir was schenken. Ich höre auf, mir Müll zuzuwerfen. Was will ich mit Seeds? 1, 2, 3, 4. So, 14 Enderperls sollten reichen, I guess. So, Freunde, wir werden jetzt richtig... Oh mein Gott. Widder. Widder 2. Widder überlebe ich. Hallo? Warum schläfst du eigentlich im... Geht's dir gut? Ist alles okay? Wir suchen mal einen Dorf. Äh, einen Wald. Nicht einen Dorf. Wir suchen mal einen Wald. Bad Omen! Oh mein Gott! Ich habe gerade aus Versehen den Raid gedodged. Ich glaube, ich habe wieder ultra viel verschwendet. Widder 1 ist okay. Okay, Hero of the Village ist jetzt weg. Wir haben aber schon mal Power 2 Bogen. Du bist ja ziemlich Teil der anderen. Hehehe. Tschüssi. Viel Spaß und dann neu zu Hause. Hero of the Village! Let's go! Mein Chat hat mir gegönnt. Boah. Gönnung. Wir brauchen mal wieder einen Raid. Oh mein Gott. Ey, das ist so ein... Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal wieder einen Raid. Es kommt ein Raid. Ich fasse es nicht. Ja, du willst nicht spielen. Ja, lass dich boosten von deinen Mates. Klar. Lass den Raid kurz abschließen. Und dann... Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht von dieser Spinne Damage bekommen. Kein Skelett, kein Skelett, kein Skelett, kein Skelett, kein Skelett. Bitte kein Skelett. Levitation. Oh mein Gott. Zum Glück sind wir über Wasser. Oh Gott. Creeper. Nein. Wir müssen zumachen! Saved. Wir sind Level 40. Ja, ich habe sehr viel getradet bis jetzt. Ich glaube, das ist eigentlich der einzige Folge, den wir jetzt gerade haben. Jetzt haben wir natürlich Blindness. Ich muss nicht hochbauen. Huuuuh. Nein! Oh mein Gott. Das habt ihr nicht schlecht getimt, Leute. Ich bin ehrlich. So. Totem Nummer 2. Ja, super. Spawn hat direkt neben mir. Ich fasse es nicht. Aaaaaah. Ich habe keine Pfeile. Oh, das ist Wende 4. Nein! Wir haben Blindness. Genau das macht die Challenge aus. Ich sag, wie es ist. Ihr sagt, das ist leicht. Und dann passiert sowas. Ist er verbuggt und hielt er mich gleich? Ich gehe mal weg vom Dorf. Nicht, dass wieder Bad Omen kommt. Ich will jetzt nicht noch ein Rage spielen. Oh mein Gott. Ich bin so ein Prediction Master. Okay. Im Wald haben es Leute in den Chat geschrieben. Aber wir tun mal so. Okay. Das war leichter als gedacht. Poison 2 für 15 Sekunden. Das gibt nichts Schöneres. Ey. So oft, wie ihr mir Poison gebt, Leute. Es ist wirklich unmöglich teilweise zu regenerieren, ne? Nausea 5. Okay, nur 10 Sekunden. Alles gut. Oh nein, Leute. Ich wollte doch gerade das Obsidian abbauen. Warum macht ihr so? Oh, geht's. Das war for real. Die Rift der Villager noch schnell aussitzen. Es tut mir leid. Ich muss es machen. Ein Raid. Ich fasse es nicht. Ein Raid. Genau jetzt ein Raid. Und jetzt habe ich auch noch bei einem Villager abgeschossen. Ich fasse es nicht. Ah. Da ist er auf uns fokust. Weakness 5. Oh Gott. Zum Glück nicht im Fight. Oh, Healing Potions. Sehr nice. Ja, oder auch nicht, weil die einfach 15.000 Zombies sind. Schon wieder ein Raid. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Aber gleich haben wir wenigstens unsere Lederhose weg. Das ist schon mal gut. Okay, Poison. Welche Poison ist das? Poison 2 für 20 Sekunden. Ist nicht so nice. Ich glaube, ich sollte mich erstmal verziehen. Nausea. Och, Leute. Zuck, zuck, zuck. Wir fischen sie und wir holen mehr Bücher. Zack. 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 Wir fischen sie zwei Achsen. Sehr angenehm. Ich bin ein absoluter Vollidiot. und habe den falschen Villager getradet. Warum habe ich das gemacht? Ich habe gerade realisiert, dass ich... Nein. Ich habe den Weapon... Ich habe den Weapon Master... Warte mal ganz kurz. Ich habe den Weaponsmith gelevelt. Dabei wollte ich doch den Armor leveln. Und dann auch noch ein Knockback Schwert. Wir haben offiziell eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde Zeit gewastet. Das war peinlich. Bitte gönn. Gute Rüstung. Okay? Ich vertraue dir. Die Rüstung. Unbreaking 2. Protection 2. Unbreaking 2. Sehr, sehr nice. Inspiration 2. Unbreaking 3. Fire Protection 2. Ähm. Ist ganz gut. Was machst du hier drin? Ich glaube, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Warum jetzt hier eine Rose in der Hand war. Auf Wiedersehen. Ich nehme mein Bett mit, weil ich ein schlechter Gastgeber bin. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude mit euch. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao, Leute. Ich habe keinen Aim, wenn ich Nausee habe. Bro. Wir haben ja wirklich mehr als genügend Stuff dafür. Und dann... Jetzt haben wir halt ein 3x3 Portal. Ist doch auch schön. Ist doch auch schön, okay? Levitation. Oh mein Gott. Bote mit dir. Wow. Festung. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Levitation. Genau da, wenn ich reinlaufe. Ich fass es nicht, was ich für ein Glück habe. Ja, Blaze. Da hast du dir... Warum? Warum hast du dir... Da hast du dir den falschen ausgesucht, I guess. Wir haben nun Blazerod Nummero 4. Ah, wir haben das Portal gefunden. Okay. Das war tatsächlich direkt unter uns. Dann geht jetzt die Reise zum Stronghold los. Um. Oh mein Gott. Okay. Beide Enderungen sind zerploppt. Wie jetzt? Ich mach's jetzt. 3 aus 3. Ich fass es nicht. Ja, okay. Wir haben's. Ohohoho. Ach, da ist ja schon Stronghold. Da ist er ja schon. Stronghold. Let's go. I'm done. Nach 4 Stunden haben wir es jetzt geschafft. Wir haben sehr viel Zeit mit Raids verschwendet. Und wir haben den falschen Villager hochgetradet. Weiter. Ähm. Und wenn wir keinen Aim haben, dann... Come on. Come on. Ah, bleibt das? Ich hab grad safe einen Enderman angeschaut. Mach mal Water-MLG aus Flex. God-MLG. Das hat gelaggt gerade. Haha. MLG geschafft. Oh mein Gott. Ach, Digga. Geh mir doch nicht auf den Sack. Und. Schuss. Nummer. Null. Hä? Letzter Schuss. Oh mein Gott. Nach 4 Stunden. Jetzt hat er es geschafft. Oh. Oh.